Mein Name ist Matthias Kempke, ich bin Autor, Creative Lead und Game Designer bei The Delicate Entertainment und hier auf der Play geben wir, also ich und mein ehrenwerter Kollege Joscha Jelinek, Autor seines Zeichens, einen Interactive Storytelling Workshop und das dritte Jahr in Folge jetzt. Eigentlich ist ja der Film ein visuelles Medium, das kann theoretisch auch eine Zeichnung machen in einem Buch und Buch ist Text. Das ist nicht automatisch eine Geschichte, genauso ist es in Spielen auch. Das bedeutet, Geschichten sind eigentlich überall zu Hause, vor allen Dingen auch in unserem Alltag, wo sie manchmal so ein bisschen unbewusst werden. Das bedeutet, Geschichten sind eigentlich überall und Games sind ja das interaktive Medium und warum nicht Geschichten dort erzählen, wo das echte Leben nachgestellt wird durch Interaktion, durch Verhandeln und vielleicht auch durch eigene Entscheidungen.